Nur wenige Kilometer von Assisi auf dem Berg Monte Subasio liegt das San Benedetto. Das Kloster in der Mitte Italiens diente seit dem 9. Jahrhundert als Ruhe- und Besinnungsort für viele Mönche und Einsiedler. Heute wird es von Benediktinerinnen verwaltet. Die Instandhaltung haben sie Alberto Zisco anvertraut. Die Sehnsucht nach Frieden und dem einfachen Leben, das ist es, was die Menschen dazu veranlasst, in das San Benedetto zu kommen und einige Tage in den Räumlichkeiten des Klosters zu verbringen. Deve essere un po' preservato, la pace e il silenzio che si respira qui, deve essere mantenuto. Io ho avuto molte richieste negli ultimi giorni di gente che vuole proprio assoporare questo. Vivere nella pace e nel silenzio. Alberto ne ha fatto uno stile di vita. Per altri è la possibilità di fuggire per qualche giorno dal caos e dal rumore della vita quotidiana e magari di ritrovare un po' se stessi. Alberto lebt seit Mitte März in der Abtei, zusammen mit seinen vierbeinigen Freunden Birba und Spott. Gemeinsam helfen sie den Besuchern, in die Atmosphäre des Ortes einzutauchen. San Benedetto, ein Ort, der die Stille und das Glück des Einfachen vereint. Luca Palamara per Euronews, Abbazia di San Benedetto, Assisi.